Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um das Prediction Videos der E-Leach Atlanta 2017. Ich sage gleich von Anfang an, also ich übernehme keine Haftung für Fail Predictions. Ich sage einfach nur, was ich glaube, wer weiterkommt und wer nicht. Und sag halt, waren ich ein paar Kleinigkeiten dazu. Also das erste Team, was die drei Winds, also weiterkommt mit drei Winds ohne einen einzigen Lose, ist meiner Meinung nach SK Gaming, weil SK einfach momentan sehr gut unterwegs ist. Sie haben ja auch die Cologne, also die SL1 Cologne 2016 gewonnen und davor haben sie ja als Luminos Gaming gespielt und die MLG easy geholt, sage ich mal. Somit ist SK einfach ein gutes Team und ich gehe davon aus, dass sie das machen werden ohne einen Lose. Das Team, was ausscheidet ohne einen einzigen Win, ist meiner Meinung nach Hellrisers. Wo sind sie hier? Weil Hellrisers ist einfach, ja, die letzten Spiele waren einfach nicht so gut von denen und sind momentan einfach auch jetzt nicht so gut unterwegs. Das erste Spiel ist ja gleich SK gegen Hellrisers, beziehungsweise das dritte Spiel, aber von Hellrisers selber das erste Spiel. Und gegen SK hätten sie dann auch schon mal den ersten Lose und als zweites Spiel ist dann, glaube ich, gegen Witz Pro oder Optic, je nachdem wer von denen gewinnt. Und da hätten sie dann auch schon den zweiten Lose mit. Sollte das eigentlich auch hinhauen, dass dieses Predict aufgeht. Dann zu den anderen sieben Teams, die weiterkommen ist, ja, Navi und Am Virtus Pro ist ja eigentlich selbsterklärend, das ist ja nicht viel zu sagen. Das sind beides sehr gute Teams, die, was da meiner Meinung nach keine Schwierigkeiten haben sollten, da jetzt weiterzukommen. Dann, drittes Team ist bei mir Gottsend, ist ebenfalls ein sehr gutes Team, wo jetzt ja auch, also jetzt ist ja auch schon etwas hier, aber es sind ja zwei Spiele von Phonetics sind jetzt so Gottsend gegangen, also die spielen jetzt bei Gottsend, zum Beispiel. Wer war das? GW und Flasher, glaube ich. Und generell Gottsend ist einfach jetzt auch einfach ein gutes Team. Er sollte ja auch hinhauen. Selbe wie bei Astralis, Kerrigan spielt ja nicht mehr bei Astralis, ist ja auch schon ein paar Monate her, dass er gewechselt ist zu FaZe, aber Astralis ist dennoch auch ein gutes Team, beziehungsweise im Vergleich zu den anderen sollten sie da auch nicht so die Schwierigkeiten haben, hier weiterzukommen. Da kommen wir dann auch gleich zu FaZe. FaZe ist ein Team, wo ich überlegen war, ob sie das schaffen werden oder nicht, aber ich glaube auch, dass sie das machen werden und ja, dass sie da, sie werden zwar vielleicht, sie werden es erst nicht so leicht haben, aber sollte auch kein Problem sind für sie. Optik Gaming ist momentan auch sehr gut unterwegs, die sollten das auch schaffen, wobei ich da mit meinen Gewissen auch gekämpft habe, weil Optik ja normalerweise nicht so jetzt die übelsten Drücker sind, aber was ich da jetzt in letzter Zeit gesehen habe und ihnen hat mich das ziemlich überzeugt. Und beim letzten Team, da habe ich wirklich sehr lang überlegt und ich konnte mich halt ja nicht entscheiden zwischen Envers und Maus Sports. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige von euch, warum Envers? Envers spielt online eigentlich, also online, wie ein Haufen Scheiße. Also die drücken online überhaupt nichts, offline sind sie sehr gut, auch ein sehr gutes Team mit Envers, einfach nichts zu bezweifeln, aber bei so Tournaments, wo sie halt einfach online spielen, ist das eine Katastrophe, was die aufhören. Nur ich bin halt ein riesiger Envers-Fan somit. Ja, Maus Sports ist ein gutes Team, wo ich mir sagen könnte, ja die sollten eigentlich so, ja sie könnten zwar Probleme haben weiterzukommen, aber sollte hinhauen. Nur mein Verstand sagt einfach mach Maus Sports, aber mein Herz sagt mach Envers. Also habe ich da mit mir selber gekämpft. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht Envers wetten würde und sie würden trotzdem weiterkommen durch, weiß ich nicht. Keine Ahnung, das ist was für den Guns und ich habe nicht auf Envers gewettet, dann würde ich mir das glaube ich nie verzeihen. Weil es ist halt jetzt auch nicht grad easy zu tippen alles, weil jetzt nach der Winterpause hatten ja alle Teams Zeit zu trainieren und sich um einiges zu verbessern, ein paar Taktiken einzustudieren. Aber manche von denen haben ja schon das eine oder andere Spiel hinter sich jetzt im neuen Jahr ums, und was ich da so gesehen habe, sind das halt die Teams, was ich hier ebenfalls prediktet habe. Ich hoffe halt wirklich, dass Envers jetzt bei On Thea im Fernament jetzt nicht so reinsackt, wie es sonst bei den Online-Veranstaltungen, weil ich habe ja auch schon, zum Beispiel ein Maid von mir hat ja gewettet, dass die halt 0-3 rausfliegen. Wobei, das kann ich mir nicht vorstellen, weil da wird Hellres noch umso mehr reinsacken glaube ich, falls Envers wirklich reinsackt. Aber wie gesagt, ich bin halt ein Fan von denen und somit muss ich auf die wetten. Weil ich kann nicht hoffen, dass dann mein Team rausfliegt, sag ich mal mein favoriter Team. Somit ist das halt GG einfach. Gut, ja ähm, ich weiß nicht, ob ich dann zu den kommenden Spieltagen da auch noch Prediktion-Videos dazu mache, weil die Spiele gehen ja dann, wenn ich von der Anfang nimmt und so nachmittags und gehen ja dann teilweise bis tief in die Nacht rein. Und dann nochmal ein Video aufzunehmen und das zu bearbeiten und rein dann hochladen, ist ja, wird dann jedes Mal eine Nachtschicht, sag ich mal. Aber ich weiß halt doch nicht, ob ich mir das antue oder nicht. Bock hätte ich schon drauf. Aber ihr werdet es dann halt einfach hier sehen, ich werde dann das überall auf Twitter, Facebook, Steam-Gruppe posten. So die ganzen Social-Media-Plattformen, wenn ich dann ein Video dazu mache. Ähm, schreibt mir in die Kommentare. Das würde mich auch sehr interessieren, ob ihr hier derselben Meinung seid wie ich oder was ihr hier anders wettet. Und vielleicht überlege ich mir das nochmal mit einem von den Pets, aber ich könnte mir das nicht vorstellen. Falls ich etwas ändern werde, ich werde das dann in die Videobeschreibung packen. Also gleich ganz oben, damit man das nicht überlesen kann. Aber geplant ist nichts, ich habe nichts vor, dass ich hier etwas ändere. Weil, wie gesagt, ich habe mir die letzten zwei Tage dazu einfach den Kopf zerbrochen. Und somit bin ich es momentan, sage ich einfach, das sind halt die safen Pets, was weiter kommen. Ja, dann über den Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und abonniert meinen Kanal, um dann die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und somit sage ich dann auch einfach, ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex. Bis zum nächsten Mal.